Schießerei in Köln am helllichten Tag. Am Samstagnachmittag kommt es hier im Stadtteil Mühlheim zu einem brutalen Streit zwischen mehreren Männern, vermutlich Mitgliedern einer Rockerbande. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Bildinformation zufolge wird ein Rocker der Hells Angels getötet. Eine Frau und mehrere Männer sollen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Weitere Hintergründe zur Tat sind noch unklar.